Ja, huhu, hier wieder bei Koalys Chaotentruppe in der Secret World, mit dabei die Terra May und der Grezzard und der Willandesh und natürlich der Lesrak Dark. Wir machen heute die Büchse der Pandora 2. Das heißt eigentlich, dass ich schon mal drin war. Ja, war's doch. Ja, eines der Videos, der ersten Videos, die ich bei dir geguckt habe. Das Ang? Ja. Okay. Gruselig, aber gut. Andere Leute wissen besser Bescheid über meine Videos als ich, deswegen... Du tust so überrascht. Ja. Auf geht's, der Lesrak tankt. Alle anderen machen Schaden außer mir. Läuft. Wem muss ich heilen? Lesrak tankt. Das wäre praktisch. Außer jemand anderes sieht der Grom. Hehe. Hehehe. Sie haben gesehen, mit was für material ich Arbeit wusste. Ich entschuldige mich für meine kannibalen Kollegen. Sie sind eine Schande für die wissenschaftliche Welt. Die Primitiven dienen mir, seit ich ihrem hohen Priester den Stab aus seinen gestolzenen Händen enthunden habe. Äh, sollen wir den Tank ins Target nehmen? Äh, ja, ich hab Erntungsarten mit. Aber diese Dimensionsparasiten sind sehr real, wie sie feststellen werden. Oh, ich schwöre soweit. Okay. Okay. Er liegt da. Wer soll denn das aufpassen? Loser. Dank Kung Fu Panda von Grezzard. Danke, ich bin der, der die ganze Zeit auf die Fresse kriegt. Aber wenn ich den will, bin ich bedankt. Du hast ja auch geheilt. Grezzard wäre fast gestorben zwischendurch. Ja, wenn der nicht aufpasst. Wenn der nicht aufpasst. Aber wo reicht das? Das ragt jetzt schon mal vor. Und Grezzard, was tun wir immer? Akkrozin. So, wir machen natürlich alles hier. Ach so. Äh, Eukalypter braucht glaube ich das Wissen noch, oder? Ja. Natürlich machen wir alles. Wir sind ja die Allesmacher-Sport hier. Grezzard, wir haben gestern ja auch alles gemacht, ne? Ja. Wir müssen doch gleich Wissen sein. Nur Schild. Ihr müsst ja gleich Wissen sein. Eigentlich. Hm. Wenn nicht, dann habt ihr schon gesammelt. Eigentlich hab ich dann das schon. Ich bin Doktor Klein. In den vielen Jahren, in denen ich den Schmutz erforsche, habe ich durch viele Mikrodosen eine Unempfindlichkeit dagegen entwickelt. Ich hab da oben einen vergessen. Ah, echt mal, ne? Das ist schon zum Thema alles. Ich sammle Profis. Ich sag's ja. Ja. Geh mal. Ich bin nicht. Mach das. Ich bin Melee, komm ich nicht an. Okay, Pech, Leute. Dann weiter. Hat der glückgehafte Typ da oben. Wir kommen wieder! Oh, unsere Lieblingsstelle! Unsere Lieblingsstelle! Ja, denk dran, dass du ansagen musst gleich. Was muss ich ansagen? Ich war auf der Suche nach einer reinen Quelle. Das Ankh war meine schwarze Vater Morgana. Och nee! Da! Ja! Du sagst die Seite an, wo der castet. Und wann wir zurücklaufen müssen. Weißt du, wie lange es braucht, dass eine Information aus meinem Mund kommt? Wollte mal was kurz ändern. Kann ich hier nicht unterbrechen einfach? Nee. Das kannst du nicht unterbrechen. So. Durch. Okay, alle bereit? Hier. Und damit das klar ist. Ich brauche es hier für meine Experimente nicht lesen. Äh, Link, kommen die Kugeln. Es geht nur schneller, Stu. Bitte versteht. Sünde. Link, wieder die Kugeln. Oh, hier habe ich eine Kugel drauf. Ach, Kugel. Ich bin von einer Kugel gesperrt. Laufen. Was? Ja, er stirbt doch. Jetzt? Ja, toll. Jetzt macht er die, eh. So leuchtet er doch vorher immer schon. Ja, hat er auch. Das ist überlebt. Nein, bei mir nicht. Sie werden das veräumt. Allerdings nicht mehr lang. Deiner liegt da. Okay. Gut gemacht, Lesrak. Du hast das überlebt. Ja, ich soll das Mindeste dafür, dass er es mir nicht angezeigt hat. Der sagt das doch. Irgendwie. Lassen sie mir zeigen und dann... Knick, knacken sie. So, jetzt kommen noch die drei Typis, ne? Ach, das schafft, Rezard. Wir laufen irgendwie durch und dann hinten runter. Ja, wieso? Ich dachte, wir nehmen alles mit. Eukalypter. Hier sind zwei Leute. Ah, Hilfe. Kleines bisschen kann ich mich auch wehren. Okay, Moment. Ich muss wieder ändern. Jetzt kommt ja die Stelle mit den drei Typis. Ja. Also gut, Rezard, denk dran. Gut tanken, ne? Was? Ich soll gut tanken? Ja, du hast es bei Kleinen auch gut hingekriegt. Er hat mich komplett ignoriert. Ich greif ihn zuerst das rechte Ziel an, oder wie? Ja. Ganz rechts, ja. Wartet. Also, wenn es losgehen kann? Ja, du. Du läufst los, wir werden gehen. Da liegen sie. Yay! Kein Problem, wir auch noch mal hier mit euch zu tun. Laddamm. Baddamm, kann ich auch noch nicht laden. In den Zeit... Ich hab hier alle Zukunft schon gepackt. Lüpf. So. Ich hab da schon wieder einen vergessen. Wir haben dich gerettet, Terra. Ja, ja, ja. So, hier wäre links oben noch ein Wissen, oder? Ja. Das haben wir letztes Mal mit Eukalybler ja geholt, soviel ich weiß. Ich bin mir da nicht so sicher. Du warst ja auch nicht sicher, dass du hier schon mal drin warst. Ja. So, jetzt kann ich wieder laden. Da haben wir noch nicht tatsächlich ein Wissen. Oh, da oben ist noch ein Wissen. Wo ist ein Wissen? Ja. Egal. Das, was wir gerade geholt haben, meint sie. Achso, das meinst du? Ja, mir fällt es ja glaub' ich nicht. Hatte es eine Ad getroppt, das müsstest du eigentlich schon haben. Ah, B, wie ging nochmal das Lied? Die klitzende kleine Spinne, irgendwie. Ja. Irgendwie. Und der Lesrack tankt. Ich glaube, der Grather tankt. Nein, jeder außer dir tankt. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich hatte Standbild. Die Ad sind nicht gekommen. Denk dran hier, nochmal kurz ein bisschen rechts hinzugehen. Oh ja. Ich bin nochmal für 20 Sekunden aufвержd. 21, 22, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 30, 31, 31, 31, 31, 31, 32, 31, 32, 31, 32, 32, 32, 32, 31, 31, 32, 31, 32, 32, 31, 32, 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 32. Uua. Zeit zu tanzen. Hey, Macarena. Ahoi. Hey. Auf. Hashtaja. Und das Inventar aufräumen. Sind das die vom Katzengott? Welche? Nein. Die Clown. Ja. Sieht scheiße aus, ne? Ich mag die. Na, gibt Schlimmere. Warte Koali, auf 3 gleich mal. Mal Karina. Ja, Grezzard ist wieder da. Ah. Glaube ich. Äh, Hörer. Hab ich irgendwas mit Fernkampf? Na, du gehst mit an die Ads, weil, äh, und die Tore machen, weil da können wir uns nicht drum kümmern. Na, ist klar. Gut. Na, hört nicht. Filmsequenz. Oh, falsche Richtung. Das Team hat große Maschinen aus verformten Knochen und Sehnen hier unten gefunden. Jetzt läuft es mit Muskelgedächtnis. Es ist also nicht aufzuhalten. So. Okay, da ist der Decke. Da ist das Tor vorgefunden. Genau. Now, ihr geht weiter. Wir hauen. Und ich zu nahe... Er kommt schneller Komm mit Rezard mitnehmen, den Typen Das ist ein Fernkämpfer, der lässt sich nicht so gut mitnehmen Eigentlich schon, wenn man es richtig macht schon Let's, let's tank Das ist mir gefallen, oder? Let's hinter mir Was auch Oh, Schlange aus der Windung des Nils Oder hast du hier ein Talisman mit Heilungswert Yay Okay Okay Macht dir Spaß Und du hast nicht bedarft Ah Zu spät gesehen So, einmal So, wer geht nach oben? Ich gehe nach oben Super Ich hoffe, halt nicht, dass er festgesperrt bleibt Gestert Das war ganz nach rechts, ne? Jawohl Okay, dann guck Sag jetzt aber lieber Rezard Und hier ist das super auch rausstehen, ne? Äh, rauslaufen Fingst ganz rechts an und du bist immer weiter nehmens geworden Du musst da erstmal dranhauen Komm What? Musik Oh? Das ist nach rechts. Ah ne, der ist schon hier unten, muss ich mal anschauen, muss ich nicht Seiten wechseln. Dann halt kommt die schwarze Suppe wieder her. Ja, keine Ahnung, ich kann's dir nicht wirklich sagen, wie die herkommen. Nils, rüberlaufen! Weg da, Nils! Meine Aufgabe habe ich erfüllt. Das ist so eigentlich ganz angenehm, was? Ich könnte hier noch ein bisschen raufballern. Mach was! Bitteschön! Dankeschön! Andere Seite! Ist Suppe gefallen? Ja. In Gefallen, wurde mir nicht angezeigt. Kommen wir da seit nach vorne. Ich warte kurz noch die Kugeln ab, dann... Ja. Na, toll! Und dann verpieselt der sich. Aber da kommen wir jetzt nicht... Wir müssen noch kurz warten, bis die super weg ist. Die verschwindet vielleicht. Nicht da durchlaufen. Jetzt können wir da hin. Das könnte der... What? Fuck! ...meine Forschung sein. Das bedeutendste Schmutzereignis... Willander, ich kann's ja vielleicht beim nächsten Mal irgendwie auch versuchen, irgendwie auf der linken Seite runter zu kommen, dann. Wenn man's überlegt, da über den einen Träger, der da umkommt, ja. Daher fällt er! Gehen den Berg runter. Faustwaffe, Halstalisman. Und noch ne Faustwaffe. Hast du jetzt auf den Talisman, äh, auf das Hals... Nein, weiß ich nicht. Äh, ja? Ich hab die vom Paar. Ja, stimmt. Und zurück! Und ab in die nächste Instanz von Ägypten. Und wir sehen uns dann wieder, wenn's wieder heißt. Ägypten wird geschnetzelt von der Chaos-Truppe. Bis dahin. Eifan, euer Koali und eure... ...Germey. Und der... Und ich? Und der... Cressat. Und der... Esraktak. Tschüss! ... ... Ja, ja, ja. Bis zum nächsten Mal.